Ich arbeite mit den Pitt Pastellstiften. 60 Farben, die dem Farbnummern-System aller anderen Faber-Castellstifte folgen. Sie sind sicher verleimt, SV verleimt. Das bedeutet, dass die Mine über die komplette Stiftlänge eingeleimt ist und sie haben eine hervorragende Deckkraft. Sehr, sehr einfach zu vermischen. So kann man viele verschiedene Farben erzielen, wesentlich mehr als die 60 im Set. Eine weitere Eigenschaft der Stifte ist, dass ich damit die Möglichkeit habe, feine Details herauszuarbeiten. Ich kann damit Highlights setzen und wenn es ein wenig zu viel geworden ist, dann kann ich es mit dem Finger wieder verwischen. Oder ich benutze einen Papierwischer. Es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Man bekommt so viel Farbbrillianz. Und wenn in einer Fläche Details fehlen, dann kann ich auch im Nachhinein nochmal an meinen Punkten arbeiten, sodass sie deutlich rauskommen. Das Papier ist speziell für Pastellstifte geeignet. Ich kann die Farbpigmente regelrecht in das Papier einarbeiten. Ich male mit dem Papierwischer, verreibe die Flächen mit dem Finger. Die Farben sind wirklich einfach zu verwischen. Man kann einfach toll arbeiten mit diesen Stiften. Das heißt, es ist wichtig, dass man sie in der Lage ist. Bis zum nächsten Mal.